So, jetzt werfen wir so ein bisschen in die Mitte da. Bisschen weiter nach, bisschen weiter nach. Ja, ja. Pum, da wo die dicken sind. Ja, die Richtung war gut, ich muss noch nicht zu... Ja, genau da ist richtig, ich geh da noch ein bisschen dichter ran. Oh, guck mal, da kommt direkt so ein Kaventsmann da. Wir haben sehen, gute Fahrt. Danke. Dankeschön. Danke, jedenfalls. Haben Sie den Sektor genutzt? Nein. Nee, nee.